Also, ich verstehe einfach die Menschen immer nicht. Hm, warum machen die sich das Leben immer sinnlos schwer? Warum tun die sich in einer Tour gegenseitig irgendwelche Dinge an? Tun denen Sachen unterstellen? Lügen denen ins Gesicht und lügen vor anderen? Weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also, wir Hunde, wir leben im Jetzt. Uns ist egal, was vorhin war. Ob mein Bruder, meine Schwester, mein Freund, mein Nachbar irgendwas Blödes gerade gemacht hat und ob er mir ins Bein gezwackt hat, das ist dann jetzt wieder vergessen. Weil wir leben jetzt. Und das lebt sich bequemer. Also, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir immer Gedanken darüber machen, was jetzt gestern war und was daraus morgen sein könnte. Hm, das wäre mir echt zu anstrengend. Und das raubt mir so viel Lebensqualität, das ist es mir nicht wert. Ich möchte lieber heute glücklich sein, mich lieber heute mit allen verstehen und lieber heute einen ganz tollen Tag haben und mit Freude verbringen, mit meinen Freunden verbringen. Statt so ein Quatsch, was die Menschen machen. Hm, sind wir also doch cleverer als die Menschen? Dabei meinen die doch immer, sie sind die Cleveren. Die Clevere Spezies, aber in Wirklichkeit empfehle ich die Menschen einfach nur dumm. Genau. Das Wort zum Sonntag von meinem Freund. In diesem Sinne.